zurück und runter bei Panzer und Durs würde ich sagen, oder? So, ich bin im Bergepanzer als Schütze, erstmal das MG runterstellen, von 800 Metern. Von der anderen Seite kann man einstellen. Was können wir denn erschießen damit? Ich habe nur vier Schuss. Das ist ein Raketenwerfer. Kannst du eventuell das wechseln? Oh shit. Oh! Ich weiß nicht wie. Okay. Ob der schon wieder runter? Da hinten. Ne, der ist schon wieder gelandet. Der ist im Südosten gelandet, der brennt. War das das Wasser? Weiß ich nicht. Der ist einfach explodiert. Das sah so aus. Na gut. Ein bisschen steil hier? Könnte sein, ich bin voll auf dem Gehalt. Es ist auf jeden Fall ein Tempo, bei dem ich gemütlich schießen kann auch. Und zielen. Also es ist angenehm. 4 kmh. Deswegen die Warnleuchte. Stimmt, jetzt sehe ich die erst. Die ist toll. Das beleuchtet hier oben auch immer mal im Geh die ganze Zeit. Wup, wup! Au, au, au! Steffi, Power! Nicht Aua! Wie immer noch südwestlich. Wir werden beschossen! Au! Ich habe hier noch einen. Gegner, voraus! 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 Bist du wieder bei der Sieger? Da würde ich sie eigentlich dran vorbeilotsen. Da unten haben wir schon! Ach du Pache! Ich habe sie gehört. Ich habe sie gehört. Irgendwo hier. Ich? Ich bin hinter euch. Bist du doch da gerade an der Mauer umgefallen? Ne, ich liege hier bei den Räumchen. Wir sind weit. Ja, sag ich doch, dass sie hier ist. Wir werden beschossen! Wir werden beschossen! Voraus! Hinter uns! Ich hocke ab Steffi schon. Auf Schlawittchen. Ich habe gerade genau einen Baum davor, wo ich den Feind... Ah, 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 ah! Halt, 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 halt! Aha! Diffi lebt wieder! Sehr gut, okay! Reparier euch auch! Ne, es muss nicht! Muss nicht! Muss nicht! Was macht's doch schon! Du machst das wahrscheinlich nur kurz. Lade mal nach! Ja, ja! Kann ich nicht nachladen? Zwölf Schuss und dann noch eine Kette. Danke fürs Aufheben! Weiter geht's! Auf der Straße werden wir dann ja wieder ein Fahrzeug finden. Nicht Steffi überfahren? Nicht Steffi überfahren! Ich darf halt nur nicht stehen bleiben! Allein durch Rubberbending würde sie sterben bei der Distanz. Oder wir! Oder wir! Wenn sie so'n, äh, so'n Lack hat wie du vorhin und auf der Stelle steht, dann ist mir ne Unverwundbar, dann fahren wir wahrscheinlich da rein und fliegen weg. Ich hab' den guten Werfer, den schweren! Zwei Schuss! Das Steffi wird ein Baum erschlagen! Jaaa! Hoffen wir's! Rechts, ja, da, Richtung! Da laufen sie zwei Mann! Drei Mann! Und da lieg' ich auch! Okay, einen hab' dann verfehlt! Ui, der ist geflogen! Einen hab' ich aber auf jeden Fall erwischt! Links von euch jetzt! Hinter euch! Links, 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 links! Die sind alle selbst schuld! Ihr habt die Wandleuchter an, ja? Echt? Ah, ich häng' wieder! Äh, ich roll' rückwärts! Dann verseil' nicht! Nein! Ja, jetzt auf jeden Fall so steil! Ist er tot? Nein! Rechts, rechts, rechts! Da, er funkt! Jetzt, jetzt gerade auch... Ah, rechts, 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 rechts! Ah, jetzt... Weißt du, dass die noch Haken ziehen, ne? An der Tanke sind übrigens auch ganz viele unten... Ja, aber die haben nur nix bemerkt, irgendwie! Oben auch immer! Oh, hinter euch, ja! Ihr fahrt auf wen zu! Eins, zwei, drei Mann! Jetzt rechts von euch! Jetzt nach rechts drehen! Ja, da! Das waren zwei! Der eine läuft noch! Ja, erwischt! Läuft nicht mehr! Kommen die alle her! Aus Schlimpfhausen, bitte sehr! Den ein, zwei, zwei! Ja! Okey, Läuft nicht mehr! Ja! Läuft nicht mehr! Ja! Ja! Jeder! Danke! Ich treffe eh nix. Mit der Einstellung schon gar nicht. Ich bin eingetroffen. Danke. Alle wieder drin? Und wieder raus. Ich hab getroffen, drei Mann. Okay, dann los. Also mit der Einstellung schon gar? Du hast mich, du hast mich kontinuiert. Ach! Da war wohl noch jemand. Ich häng oben in der Tanne. Links schießt noch was. Ich seh nix. Hier hat ein Werfer. Ach, ich seh nix. Er ist genau hinter... Genau vor uns in der... Jetzt, tiefer. Da haben wir ihn getroffen. Ja, ist tot. Ja. Da kommt ein Auto. Ach, das Visier geht doch hier gar nicht. Die wurden erschossen. Irgendwas gescheit gedämpftes. Halt die das selber auf? Dann noch Special Forces bestimmt. Okay, das Auto hält er uns auf. Ich hab mich angefahren. Haltet das Auto auf? Ja. M113 in andere Richtung. Andere Richtung M113. Unbewaffnet. Unbewaffnet. Auf den Fahrer. Von rechts. Von oben. Von irgendwo. Von rechts. Von oben. Von irgendwo. Von oben. Ein beschutzen. Ich hab da ein. Wir sollen ja gerne wieder helfen. Wurdest ja nicht aufgehoben. Da kommt noch ein Unimog. Ne. Auf jeden Fall. Danke. Und dort ist wieder Wasser. Ja. Ich glaub links auf der Hauptstraße stand wieder ein Pferd. Ein Pferd. Gefährt. Ein Pferd. Das Äther habe ich aber gar nicht auf dem Surround gepackt. Ich hasse euch ein bisschen. Wir uns aufschleppen. Ja, das ist ja gut. Ah, Boot. Ah, Techboat. Äh, Infern? Wir haben übrigens verfahren. Ja. Achso nicht. Du kannst am Strand gehen. Ich dachte, du wolltest zum Strand. Oh, das Boot hat uns ein bisschen entfernt. Kann ich noch fahren? Nö. Au. Oh kacke, der lebt. Ja, jetzt. Ich an, ich an, ich an. Ihr werdet erschossen. Geht doch 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 mal weg. Wohin? Weiß ich nicht. Auf euch wird geschossen von oben? Also vorhin. Eben. Da ist irgendwas vorbeigefahren, ja? Wo auch wieder ein Schütze oben drin sitzt. M113. Ja, er kommt wieder. Er hat umgedreht. Südöstlich von unserer Position. Also steigt lieber aus, würde ich sagen. Ne, ist schon ausgestattet. Er kommt hin. Er kommt hin. Er kommt hin. Er kommt hin. Ja, hat mich. Er kommt da. M113. M113. Südöstlich von... Oh, er hat sich grad geflippt. Und er fährt weiter. Und geflippt. Oh. Er hat ne Kampfrolle gemacht. Um auszuweichen. Ist jetzt auf dem Feldweg und fährt dahinter weiter nach Osten. Das sieht mir dann nach Artie aus, oder? Wenn der so abhaut. Der kommt hin runter. Er hat sich erledigt. Er hat sich erledigt. Oh. Das war ein normaler Schiss. Keine Gnade mehr. Ich werde weiter links gehen. Ich glaube, ich schieße noch auf unseren E. Ok, er landet. Das ist ein bisschen klein, oder? Kuschelig nennt sich das. Wir passen hier rein. Kann man da überhaupt... Ok. Aber prüfen könnte beim vollen Team schwierig werden. Wenn einer abgeschossen wird... Steffi hat so einen... Ah, wir haben keinen Platz mehr. Da hinten kann noch wer hin. Da hinten ist ein richtiger Sitz mit Kissen. Nicht so wie wir hier. Ja. Den Steffi nicht benutzen. Aus Solidarität. Was? Doch eine halbe Backe ist, glaube ich. Oh, sogar ein Lüfter vor. Was? Ich verstehe nicht. Mach dir mal aus. Das könnte ich ja so machen. Ja. 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 Die ganze Zeit mit mir. First Try und so. Sogar viel zu früh. 59. Und fünf Sekunden. Eine Stunde haben wir gespielt, Steffi. Nicht. Ich hätte schwören können, ich habe ein Zibi erschossen. Ne. Ich habe alle verfehlt. Ja. Ich habe heute auch alles verfehlt.